Dieses zu erwerbende gut gepflegte 16 Zimmer Mehrfamilienhaus liegt im Odenwaldkreis. Es hat zwölf Schlafzimmer und drei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 4135 Quadratmetern beißt die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 514 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 699.000 Euro. Wir freuen uns, die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020